Hallo Freunde Willkommen bei Rising World wieder mit Walla 158 und hier sind wir wieder in unserer Serie Survival Pur. So wir haben ja letztes Mal angefangen in unserer untersten Höhe herum zu buddeln und ich habe unterlassen dort schon ein bisschen weiter gemacht und durch das Ausglätten verschieben sich einmal so ein bisschen die Wände. Ihr seht jetzt ist hier schon ein bisschen weiter da bin ich weiter reingegangen. Das soll hier ein ziemlich dicker Pfeiler werden und dann geht es natürlich hier die Verbindung. Ich werde erstmal ein bisschen Licht machen. So und dann geht hier natürlich die Verbindung dann nachher rüber auch in den Raum. Also das machen wir dann auch. Das soll alles ein riesengroßer Raum sein, dass hier mehrere Wohngebäude rankommen. So dann bin ich hier weiter rüber gegangen und bin hier dann blöderweise auf einen Durchbruch gekommen. Hier geht die Treppe nach unten. Das heißt, das muss ich noch ein bisschen auskleiden hier. Aber das werden wir dann hier auch irgendwie so als kleben Balkon trotzdem lassen. Wir müssen das aufpassen. Also tiefer gehen dürfen auf keinen Fall mehr. Das muss mit dem Hammer noch runtergekloppt werden dann. Und hier an der Stelle, da möchte ich eigentlich ziemlich weit raus gehen. Und zwar, dass ich irgendwo, mal schauen hier, an der Seite, da müssten wir denn irgendwo rauskommen. Und zwar hier auf der Seite. Ja, hoffe ich, dass wir hier irgendwo rauskommen. Es kann aber sein, dass ich schon wieder ein bisschen zu hoch gerutscht bin und vielleicht da an dieser Ader schon dran bin. Aber das kann eigentlich auch nicht sein. Denn das Loch ist da. Also könnte ich ungefähr hier noch rauskommen oder ich bin schon da hinten gelandet. Das werde ich dann sehen, wenn der Durchbruch kommt. Wie man es da, möchte ich dann auch so einen kleinen Balkon hin machen. Und von da aus eine Treppe hinten in dieser kleinen Einbuchtung dort hoch, dass wir dann nachher weiter hoch gehen können. Ob das so klappt, weiß ich noch nicht. So, hier soll den schönen Geländer vor. Und mal sehen, vielleicht mag der Durchbruch ein bisschen breiter her. Wird natürlich alle den Holzbau. Muss abgestützt werden mit Querpfeilern. Mal sehen. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir da hinten durchkommen. Halt noch hier ein bisschen Platz habe ich hier noch. Aber ich müsste, ich werde jetzt erstmal gleich was essen. Dadurch haben wir wieder was frei. Also das natürlich hier immer wieder beim Survival mit dem Essen. Das muss man in der Tasche behalten. Und also bis jetzt. So, und hier seht ihr schon, also mitten beim Budding schließt man hier auf Adern. Hier, da habe ich Kohle. Genau. Kohle kriegen wir also noch. Und jetzt steht das Eisen oder so. So, und mal gucken. Wir kloppen jetzt erstmal diese Ecke hier noch weg. Das war, wenn wir uns hier Lichtern machen. Machen wir das mal erst. Ja, müssen wir sowieso nochmal wegmachen. Davon abgesehen, ja. Also können wir das Blühend hier erstmal hinsetzen. Wo ist er da? Gut. Und dann werden wir hier auch nochmal gleich was hinsetzen. So, jetzt darf man ja noch Licht hier hinten haben. So, ich hoffe mit meinem Ton ist es ein bisschen besser geworden. Ich habe es ein bisschen rumgepastelt. Zwar ohne Ahnung. Irgendwo überall gedreht und gestellt und gedrückt und gezogen. Und ich hoffe jetzt, dass diese Ulke Verzerrung, die ich jetzt in den letzten beiden Videos hatte, nun endgültig raus habe. So, nun werden wir mal gucken, wo wir hier jetzt raus kommen. Ja, das Einzige Doof ist, man will ja die Adern auch nicht einfach überdecken. Irgendwelchen Steinen, sondern man will die ja wirklich hier abernten und abgrasen und hier nicht liegen lassen. Und dadurch entstehen natürlich immer riesige Löcher. Aber solange wir dort dann noch Steine drüber packen können, dann geht das immer noch. Gut, so, jetzt haben wir hier wirklich die Ader, das ist erstmal soweit leer. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir so halbwegs gerade bleiben. Das wäre dann hier. Aha, so, jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier wirklich rauskommen. Bin gespannt. Ich hoffe, dass es noch eine halbwegs günstige Stelle hier. So, wo sind wir jetzt, ah, hier sind wir gelandet. Ja, das ist natürlich sehr, sehr flach hier. Also müssen wir, das müssen wir richtig schützen oder wir könnten dann hier auch noch eine Treppe runter machen und dann nachher, wenn wir vielleicht die Siedlung erweitern, hier auch noch ein paar Höser hinstellen. Das wäre dann noch eine Alternativmöglichkeit. So, ich hatte schon hin und her überlegt. Ich habe ja eigentlich ein paar schöne Höser, habe ich ja schon. Die ich da unten hinstellen könnte, die ich schon gebaut habe. Aber, wie gesagt, das ist ja wieder Blueprint und ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Soll ich hier Blueprints einsetzen? Wir wollten ja eigentlich Survival Pur bauen. Aber, wenn wir Blueprints einbauen hier, dann ist das ja eigentlich nicht mehr so richtig Survival Pur. Aber, ja, aber auch Zäune und Länder, die ich da habe, die ich schon fertig gemacht habe, da sind da auch eine ganze Menge bei. Das würde natürlich den alten ein bisschen besser aussehen. Oder, wir überlegen uns das und machen das ja zum Schluss. Dann auch mit Blueprints so, dass wir das erstmal fertig haben hier und dann nachher die Verschönerung verarbeiten, dass wir die denn austauschen gegen bestimmte Blueprints. Das wäre auch noch eine Lösung. Schreibt mir mal eure Meinung, wie ihr darüber denkt, wie wir hier auf dieser Survival Map weiterarbeiten wollen. So. Jetzt haben wir zumindest hier erstmal den Durchbruch. Wie weit kann man den eigentlich machen? Hier können wir ja ruhig die Wand ein bisschen weitermachen, bis da hinten. Ruhig ein bisschen größer aufbrechen alles. Müssen wir bloß gucken, wie das ist mit der Höhe hier. Weil ich ja auch nicht zu tief den Rutschen will hier. Wir werden es mal hier an der Seite erst machen. Erstmal immer ein bisschen mit dem Hammer tiefer schlagen wir. Aber hier, da ist es auch noch ernst. Das müssen wir auch noch abbauen. Und zumindest erst mal gucken, wie tief wir hier denn langen. Denn das sieht auch doof aus, wenn das Loch nachher zu tief ausgestern ist. So, jetzt haben wir erstmal soweit frei. Und dann werden wir mal gucken. Ein paar Steine habe ich ja noch in der Tasche hier. Und dann werden wir mal gucken, wie wir hier hinkommen. Nur einmal. Hier machen wir hier quer rüber. So. Wäre die hier. Wirst du, da sind wir nämlich schon tiefer gekommen, ja. Das ist zum Beispiel schon doof. Ja, da werden wir erstmal. Hier müssen wir das Loch auf jeden Fall größer machen. Jetzt. Na, hier werden wir mal lieber nicht kloppen. Erstmal lieber mit dem Hammer hier so ein bisschen ausgleichen. Mal gucken, wie weit wir, wie schön rund wir das kriegen hier. Na, da geht der ja, nehme ich auch nach innen hier noch weg. Na, da geht er nicht weiter, weil das Sand ist. Das müssen wir dann mit der Hake machen. Ja, da können wir immer noch weiter wegkloppen. Na, ich komme an den Miranda, oder? Doch. So, da ist er. Oh, wie weit kann man das denn noch wegkloppen, ja. Na, ich glaube, da müssen wir doch wieder ein bisschen was hinbauen, dann, ja. Sonst hat das eigentlich nicht so die Wirkung. Ich wollte das eigentlich so ein bisschen überdacht haben. Das kann mich hier durch die drin kloppen viel zu weit drin. Hm. Ja, wir gucken mal, wie wir das anbauen können, ja. Ja. Ob das überhaupt geht? Ach, da macht er sich ein bisschen doof, ja. Da jetzt. Na, wo können wir hier? Strang setzen, hier. Ah ja, jetzt. Also, man muss auch hier beim Anbauen so rührend, wie die richtige Stelle finden, glaube ich. Das ist nur eh ein bestimmter Punkt, wo man denn hier was dran setzen kann. Gut, das kann man ja wieder sagen, ja, wir haben doch jetzt ein schicke Tool seit dem letzten Update. Aber wie gesagt, das ist eine Map, wo ich wirklich ausprobieren will, wie weit kommt man hier rein. Wenn er weckt mit zur Weile, wie spannend kann das schon werden. Oder wie schnell verliert man hier die Lust, weil man einfach nicht weiterkommt. Oder weil zu wenig Möglichkeiten sind. Aber bis jetzt, so schnell gehen wir ja eine Uni auf. Obwohl das schon nicht mehr so hinhaut, wie ich das jetzt haben will. Wieso kann ich die Lücke hier nicht ausfüllen? Jetzt da wieder mit dem Hammer rein hier. Dann bricht mir das zu weit weg. Soll ich mir das unten anfangen? Nee, das geht auch nicht. Achso, nee, kann man nicht mehr drinne her. In Luan 64 Steine weg. Jetzt. So, da kann man nicht, aber da noch. So kann man das künstlich wieder so ein bisschen vorheben, ja. Nochmal hoch, dann heben wir das eben noch ein bisschen wieder an hier. Und dann passt das so halbwegs. Mal gucken. Den können wir erstmal so stehen lassen, ja. Das ist erstmal so weit in Ordnung. Den kommen wir auch nicht mehr hin. Dann können wir da erstmal weiter bullen und weiter graben. Aber. So, ich werde mal statt die rastischen Steine, die ich noch hier habe, mindestens noch hier rein machen. Dann müssen wir sowieso bis dahin. Dann kann man gleich ein bisschen weiter schieben hier. Dann haben wir erstmal wieder auch hier schon mal eine Grundfläche. Da geht es nicht weiter, da sind wir schon drinnen. Da haben wir noch eine drunter zu kloppen, ja. So, und dann jetzt nachher ab hier weiter. Da ziehen wir mal auch, dass wir wieder zumindest so eine Höhenorientierung kam. Ich finde, das ist immer noch, da muss man sich auch irgendwie so Anhaltspunkte aussuchen, wenn man hier in der Höhe geht. Okay. Hier werden wir noch ein Loch bullen. Das sind eine Erze, die wir uns runter holen. Und hier holen wir uns auf jeden Fall noch. Ich werde mal hier erstmal auch hier provisorisch eine Fackel aufstellen. Da holen wir uns die Kohle auf jeden Fall auch noch weg. So, und dann können wir hier erstmal auch nochmal eine Fackel aufstellen. Haben wir ja ein paar. Und so einen Baumstamm habe ich ja noch nicht weiter da runter geholt. Ja, und jetzt werden wir natürlich auch hier, dass wir den Durchgang auch schon ein bisschen beleuchtet haben. Ja, hier müssen wir natürlich aufpassen. Ab hier muss ich den Tiefer her. Da kommt also genauso, wie hier neben, schon eine Treppe hin. Hier haben wir auch schon eine kleine. Und die kommt natürlich dann auch in dieser Höhe hin. Gucken, ob wir das so halbwegs gleichmäßig hinbekommen. Und das Teil hier in der Mitte, wo ich jetzt die Fackel gegensetze, das will ich dann auch wieder so lange bekloppen. Mit dem Hammer, bis das so eine schöne Säule ist, die praktisch dann so diese beiden Räume hier voneinander abtrennt. Da muss man mal gucken, wie wir mit der Dicke hinkommen. Ich habe jetzt erstmal lieber den Abstand ein bisschen größer gemacht. Weil ja beim Nachkloppen nachher, so wie man Unfall wegnimmt, dann kann man die ganze Linie, muss man dann schon wieder nachhauen. Na, hier muss man mit der Hake rangehen. Aber hier geht es jetzt schon wieder. Mal schauen. Das wird schon schön rund hier. So, hier können wir da jetzt nichts weiter machen. Hier schon, da muss man dann höchstens von der Höhe hier ein bisschen noch was wegschlauen. Dass wir dann die Seiten wieder höher ziehen können, ja. Na, der taucht schon hin, ja. Da können wir höher drücken. Die Beule noch raus, ja. Naja, die kriegen wir nicht mehr raus. Aber wird schon, nimmt schon Form an, ja. So. Gucken wir mal, ja. Das ist eigentlich schön rund geworden schon, ja. Und dann kommen wir hier in den Raum. Ja, hier muss ich natürlich noch abdecken. Hier habe ich auch schon ein bisschen weitergekloppt jetzt wieder. Und dann sehen wir, müssen wir hier natürlich auch noch ein jetzt. Wieder nachbessern an der Decke hier. Aber jetzt scheint es wirklich so zu sein, dass sich, doch hier drückt sich noch was drin. Ja, da, jetzt ist aber Schluss hier. Ja, und das muss natürlich dann hier auch wieder abgedeckt werden. Und mal gucken, wie das nachher von unten aussieht. Dass wir hier die Holzecke dann auch verstecken. Dann werden wir wohl von unten die Decke dort als Steinbohnen auch machen. So, und von hier jetzt dann natürlich wieder hier rennen. Und hier kommt die Stufen runter. So, dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal meine Taschen leer. Wir haben auch Erze schon abgebaut. Eben haben wir Eisen eine ganze Menge. Und Aluminium haben wir auch ein jetzt wieder gekriegt. Und das hier vorne. Das ist auf jeden Fall noch Cola. So, dann kann man gleich mal gucken. Wo waren das jetzt? Wo ist denn einer? Ja, ach ja. Dann wollen wir mal gucken. Was wir hier jetzt noch rausholen. Na, das war auch nicht so leer. Und das hätte, glaube ich, nur sparen können, ja. Das Loch. Na gut. Okay. Nehmen wir die Cola auch noch rein. Oh, das scheint eine größere Ader zu sein, ja. Ja, die Kohle liegt dann erstmal auf Halle. Damit können wir eh noch nicht anfangen. Aber ich denke mal, wenn es nachher losgeht, dass wir vielleicht unseren Schmelzeofen hier mit Kohle füttern müssen. Dann werde ich das wahrscheinlich ja nicht böse sein, dass wir wirklich jede Kohleader, die ich hier von der Bauch abgekloppt habe und schön aufgehoben habe. Ah. Ja, das ist eine ziemlich große Ader hier. Da geht es auch noch weiter rein. Lässt nicht nach. Jetzt müssen wir aber gleich alle Tarn mehr. Jetzt haben wir natürlich wieder ein ekehaftes Loch. Das fülle ich nicht aus. Da kommt ja sowieso eine Decke drüber. Und alle Tarn mehr werden wir sehen. Wenn wir jetzt doch durch irgendeine andere Etage dann hier an dieses Loch rankommen, die können wir immer noch ausfüllen. Wenn wir brauchen. Gut. Na, da hängt auch schon wieder eine Luft. Das musst du. Opsa. Okay. Gut. Dann machen wir erstmal schnell die Taschen leer. Und werden dann in unseren Ofen muss schon die Erze wieder reinpacken. Das wird das als komplette Barren haben dann. Und damit haben wir eigentlich, habe ich jetzt ja nichts gezeigt, ja. Dann haben wir nur ein bisschen dumm rumgehämmert. Und wir haben schon wieder 20 Minuten weg. Das ist Wahnsinn. Gut. Dann legen wir eben schnell für diese Folge noch wenigstens unsere unsere Erze rennen her. Machen wir unsere Taschen ein bisschen leer. So. Was haben wir denn hier jetzt? Wir werden mal Eisen haben wir schon so viele. Wir werden mal erst den Wolfram nehmen. Und was ist das hier noch? Ah, das ist Kupfer. Eisen, Kupfer. Naja, das ist doch nicht schlecht. Und Kohle dann auch noch. Und hier Kohle. Das ist doch schon eine ganze Menge. So. Nun machen wir erstmal Aluminium. Was wir da drinlegen können, ja. Einmal, zweimal. Ah, das geht schön, ja. Und dann können wir unterdessen wie wir unsere Taschen leer machen. Dann holen wir uns gleich wieder noch ein bisschen Essenvorrat hier. So. Den Rest packen wir da hier wieder rein. Machen wir hier nochmal Aluminium. Jawohl. Dann haben wir hier Eisen. Kupfer. Zack. Du gehörst hier hin. Und das auch noch. Und wieder hinten. Also fühlt sich doch langsam schon ganz schön hier. Das will ich hier schon eine ganze Menge drin haben. Und Vorräten. Ja, wir haben ja noch nichts weiter drin. Also Platz ist noch genügend. Gut. Vielleicht werden wir dann noch schon so Eisenplatten auf Vorrat. Ach so. Einschalten sollte ich denn ja auch, ne. Gut. Okay. Vielleicht werden wir dann noch gleich ein paar Eisenplatten auf Vorrat machen. Oder solche Geschichten, ja. So. Und hier noch die Taschen. Ja, ja. Okay. Gut. Ja, Leute. Also wie gesagt. Schreibt mir mal ruhig eure Meinung. Ob wir hier Blueprint-Gebäude oder irgendwelche ähnlichen Sachen mit Blueprints einsetzen wollen. Oder ob wir wirklich rein und weg Survival weitermachen. Und da wirklich mal schauen, wie weit wir denn damit kommen. Aber hier muss ich tatsache schon die nächste Bank anfahren. Und dann werden wir eben noch eine zweite Etage Küsten. Oder wir brauchen die eigentlich dann oben auch die Küsten. Dass wir von dem nächsten Abbau uns dann oben eine Küste noch reinpacken. So. Und jetzt sind hier fertige Sachen. Damit können wir natürlich im Moment auch noch nichts weiter anfangen. So. Die Steine haben wir noch ein bisschen da. Ein paar Treppen haben wir noch da. Ich weiß ich gar nicht. Zu wattig die halben gebraucht habe. Ja. Ja. Das war es schon wieder. Halterung haben wir noch 30. Fackeln werden wir uns dann auch noch gleich ein paar machen. Ich glaube Holz müssten wir eigentlich noch diejenigen da haben. Da haben wir ein paar Holzstecker da. Wenn wir mal jeweils einfach nur noch schnell die Fackeln machen. Und dann schreibt mir einfach mal was ihr davon haltet. Eben mal die Sachen mit den Blueprints. Und wie ihr das findet, was ich hier zur Zeit gerade veranstalte. Oder ob die ganze Sache sinnlos ist. Ob das nicht bringt. Gold 20. Na ja. Machen wir einfach gleich ein paar mehr Fackeln. So jetzt haben wir 40 Fackeln noch. Und den Rest packen wir dann wieder. Ja. So. Dann wollte ich ja auch noch Küsten haben. Ja. Da sieht man gleich noch ein paar Küsten bei dem. Die wir natürlich sind da drunter finden. Und die wir dann da oben einrichten. Ja. Und da nehmen wir dann ja mal einfach das olle Eisen, das gefällt mir nicht. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Einmal, zweimal, drei Küsten. Reicht auch. Gut. Und den Rest von dem Holz packen wir wieder rein. Gut. Für diese Folge reicht das. 25 Minuten haben wir weg. Viel zu viel. Ich würde mir eigentlich angewählen, so langsam auf 20, 15 Minuten runter zu gehen. Aber ich glaube, das werde ich von nie schaffen. Also Jungs, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen und hören uns. Euer Wolle158 February 15, compactent deredelb rustig, Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.